Ich weiß was. Albert E. erklärt die Feuerwehr. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Kennt ihr mich noch? Ich bin Albert. Wissenschaftler, Erfinder, Gelehrter, Forscher und absolut albertistisch-albertissimistischer Denkologe. Ich weiß was. Ich weiß sogar eine ganze Menge. Aber Alleinwissen ist langweilig. Also habe ich was mitgebracht von meinem Wissen. Heute fange ich mal gleich mit dem großen Denkologen-Preisrätsel an. Ratet mal, wer ich heute bin. Ich trage einen Helm wie ein Ritter, aber ich lebe nicht im Mittelalter, sondern heute. Ich bekämpfe Flammen, wie ein Ritter, der gegen Feuer speiende Drachen antritt. Aber mein Schwert ist aus Wasser und sticht besser als jedes Stahlschwert. Mein Pferd ist ein feuriges Ross, aber es macht nicht ... sondern ... und es ist kein Indianer-Pferd auf dem Kriegspfad. Na, ich bin kein Indianer vom Stamme der Tatütata und kein Ritter mit Drachenfeuer-Wasserschwert. Ich bin ein Feuerwehrmann. Heute wird es super spannend, denn heute kommt die Feuerwehr in den Kindergarten. Große Aufregung im Kindergarten Rappelkiste. Die Feuerwehr kommt. Zum Glück aber nicht, weil es brennt, sondern nur zu Besuch. Die Kinder dürfen sich heute einmal ganz aus der Nähe ein echtes Feuerwehrauto angucken und mit den Feuerwehrleuten sprechen. Julian, Leon, Lilli, bleibt bitte drinnen. Von der Türe weg. Alle warten hier drinnen, bis die Feuerwehr auf dem Hof ist, ruft Katrin Freier, eine der Erzieherinnen in der Rappelkiste. Den ganzen Morgen schon waren die Kinder aufgeregt und sind kaum zu bändigen. Deshalb hofft Katrin Freier jetzt auch, dass die Feuerwehr endlich kommt. Und da ist es endlich. Ein großes, rotes Feuerwehrauto direkt im Hof vor dem Kindergarten. Die Kinder stürmen raus. Jetzt dürfen sie endlich. Doch sofort bleiben sie erschrocken stehen. Plötzlich leuchten die Blaulichter grell auf. Was ist passiert? Da steigt einer der Feuerwehrleute aus und sagt, Hallo Kinder, ich bin Tom. Keine Sorge, das Blaulicht haben wir nur zur Begrüßung extra für euch angemacht. Ich werde euch heute mit meinen Kollegen Bernd und Martina unsere Rote Emma vorstellen. Rote Emma, so nennen wir dieses Feuerwehrauto hier hinter uns. Wir haben nämlich allen Autos bei uns Spitznamen gegeben. Es gibt in der Feuerwache noch die Rote Bertha, den roten Fritz und den roten Rudolf. Jetzt steigen auch die anderen beiden Feuerwehrleute aus, Bernd und Martina. Alle drei haben richtige Feuerwehranzüge an. Um den Bauch haben sie einen dicken schwarzen Gürtel. Warum habt ihr keine Helme auf? Fragt Lilly. Feuerwehrleute haben doch immer Helme. Ja, lacht Tom. Bei einem Einsatz unbedingt. Aber jetzt, wenn wir euch hier unsere Rote Emma zeigen, droht ja keine Gefahr. Da können wir den Helm auslassen. Wir ziehen jetzt gleich auch mal unsere Jacken aus. Die sind nämlich ganz schön warm und schwer. Wer will mal eine Feuerwehrjacke anprobieren? Erst traut sich keiner. Aber dann meldet sich Julian. Und auch noch Felix und Maike. Die Feuerwehrleute geben ihnen die Jacken und die Kinder versuchen sie anzuziehen. Die sind ja echt schwer. Warum sind die so schwer? Fragt Maike. Unsere Jacken und Hosen sind aus einem ganz besonderen Material, das nur ganz schwer brennt, damit wir möglichst nah an ein Feuer herankönnen, ohne selbst Feuer zu fangen und zu brennen. Tja, und dieses Material ist nicht so leicht wie normaler Jackenstoff, erklärt die Feuerwehrfrau Martina. Wenn wir einen Einsatz haben bei einem Feuer, dann haben wir nicht nur unsere Schutzkleidung an und unseren Helm, sondern dann haben wir noch Sicherheitsgürtel um mit einem Rettungsbeil, erklärt die Feuerwehrfrau Martina weiter. Und wir haben auch noch einen Beutel mit einem 30 Meter langen dicken Rettungsseil auf dem Rücken. Die Feuerwehrleute Tom und Bernd haben inzwischen an der Seite des Feuerwehrautos die Rolltüren hochgezogen und holen ihre Sicherheitsgürtel mit dem Rettungsbeil, ihre Helme und ihre Beutel mit dem Rettungsseil. Sie legen die Sachen auf den Boden und jetzt dürfen die Kinder alles einmal hochheben und anfassen. Bitte ganz vorsichtig sein mit dem Rettungsbeil. Das ist kein Spielzeug, sondern ein schweres Werkzeug, erklärt Bernd. Mit dem Beil müssen wir im Notfall, wenn ein Haus brennt, Türen und Fenster aufschlagen, damit wir die Menschen aus brennenden Häusern befreien können. Wozu braucht ihr denn das Seil? fragt Leon. Mit dem Seil können wir viel machen, zum Beispiel wichtiges Werkzeug und Rettungsgeräte hochziehen oder runterlassen. Je nachdem, ob wir in einer Grube sind oder in einem Haus oder auf einem Baum. Außerdem können wir auch uns selbst oder andere Menschen retten und abseilen. Also mit dem Seil haben wir schon viel helfen können. Damit die Feuerwehrleute richtig mit dem Rettungsseil umgehen können, üben sie regelmäßig mit Kletterlehrern und anderen Feuerwehrleuten zusammen. Denn wie Sportkletterer oder Bergsteiger auch, müssen die Feuerwehrleute lernen, wie sie sich selbst mit einem Seil abseilen können oder andere Personen abseilen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Schließlich muss das Seil den Menschen sicher halten. Die Knoten dürfen sich nicht lösen, aber die Knoten dürfen auch nicht zu fest sein und den Menschen verletzen. Auch wenn die Feuerwehrleute Werkzeug oder Rettungsgeräte hochziehen oder abseilen, müssen sie ganz sichere Knoten beherrschen. Schließlich dürfen sich diese Knoten nicht lösen. Dann würden die Werkzeuge ja abstürzen. Ein schriller Pfiff ertönt. Und noch einer. Und noch einer. Auch das gehört zu unserer Ausrüstung. Eine Signalpfeife, erklärt Bernd. Damit können wir Notsignale geben. Wenn ich zum Beispiel so pfeife, also ein paar Mal einen langen, hohen Ton, dann wissen alle anderen Feuerwehrleute, dass ich selbst in Gefahr bin und Hilfe von den anderen Feuerwehrleuten brauche. Hört noch einmal hin. Wenn ich dagegen so pfeife, dann heißt das Achtung, Leute, Gefahr, alle Mann sofort zurück. Die Pfeife ist da das beste und schnellste Hilfsmittel. Unsere Rufe und Schreie würde keiner verstehen und hören. Und bis wir mit einem Funkgerät die Nachricht gegeben hätten, wäre vielleicht schon ein Unglück passiert. Ihr seht, ein paar unserer Rettungsmittel sind ganz einfache Sachen, sagt Bernd. Dann mal ein kleiner Test für euch, sagt Martina und pfeift in schnellem Wechsel hoch, tief, hoch, tief. Was bedeutet dieser Pfiff? Achtung, Gefahr, Achtung, Gefahr natürlich, Gefahr, rufen die Kinder durcheinander. Das Letzte, was noch ganz wichtig für unsere Ausrüstung ist, sind unsere Stiefel. Feuerwehrstiefel haben nämlich zwei ganz besondere Kennzeichen. Erstens, sie haben sogenannte Anziehschlaufen. Bernd hebt seine Hose hoch und zeigt den Kindern die praktischen Anziehschlaufen an seinen Stiefeln. Die brauchen wir, weil im Notfall alles ja ganz schnell gehen muss. Da haben wir keine Zeit, Schnürsenkel zu binden oder mehrere Schnallen zu schließen. Also ziehen wir die Stiefel ganz schnell mit den Schlaufen an. Und noch etwas. Die Feuerwehrstiefel haben alle spezielle Sohlen, die sehr hitzebeständig sind. Denn wir müssen ja auch über brennende oder sehr heiße Flächen laufen. Da dürfen unsere Stiefel natürlich nicht brennen. Dann fährt Martina fort. Wer weiß von euch denn, wie ihr uns in einem Notfall rufen könnt? 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, rufen viele Kinder durcheinander. Die Erzieherinnen und Eltern haben das mit ihnen vorher schon geübt. Martina ist beeindruckt. Toll, dass ihr das schon wisst. Das ist eine ganz wichtige Telefonnummer. Egal, an welchem Telefon in welcher Stadt ihr seid, die Notrufnummer ist immer gleich. 1-1-2. Und ihr könnt sofort mit der Feuerwehr sprechen. Da rufe ich gleich mal an, tönt vorlaut Julian. Tom hört auf zu lachen und schaut plötzlich ganz streng und ernst. Das solltet ihr nie, wirklich niemals tun. Wir sind zur Rettung von Menschen da und werden dazu gebraucht. Wenn ihr ohne Not bei uns anruft, ist das Missbrauch und wird bestraft. Und zwar mit bis zu einem Jahr Gefängnis, erklärt Tom. Julian wird rot und alle Kinder gucken ganz betreten. Aber ich weiß ja, dass du nur Spaß gemacht hast und nicht wirklich aus Quatsch bei uns anrufen würdest, sagt Tom versöhnlich zu Julian. Der nickt ganz erleichtert. Und dann fragt Tom, wer weiß denn, bei welchen Notfällen die Feuerwehr gerufen wird. Na, wenn es brennt, sagt Lilly. Genau, und brennen kann ein Haus, ein Auto, mehrere Autos bei einem Unfall, ein Wald, eine Straßenbahn, erklärt Tom. Die Feuerwehr kommt immer, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht. Doch genauso oft kommt die Feuerwehr auch schon, bevor das Feuer ausbrechen kann. Vielleicht ist es dir sogar schon einmal aufgefallen, wenn du auf einer Kirmes warst, einem Fußballspiel, auf einem großen Straßenfest oder bei einem großen Konzert. Zur Sicherheit kommt dann ein Feuerwehrauto an Orte, wo viele Menschen bei Großveranstaltungen sind. Sollte dann ein Notfall passieren, ist zumindest ein Feuerwehrauto schon direkt vor Ort. Bei unseren Nachbarn hat die Feuerwehr eine Katze vom Dach geholt, erzählt Frederik. Ja, das kommt sehr häufig vor. Genauso oft wie ein Brand. Wir retten bestimmt einmal pro Woche ein Tier, erzählt Martina. Vögel, Hunde, Katzen, Giftschlangen. Giftschlangen? Lilly guckt ungläubig. Wo werden denn Giftschlangen gerettet? Naja, manche Leute kaufen sich einfach als Haustier eine Giftschlange und haben aber keine Ahnung, wie sie mit dem Tier umgehen sollen. Und dann flüchtet so eine Giftschlange bei der erstbesten Gelegenheit. Da haben wir schon mal ein ganzes Wohnhaus vier Tage lang durchsucht, um die Schlange zu finden. Denn das Tier könnte ja den Hausbewohnern gefährlich werden. Zum Glück haben wir die Schlange gefunden und in den Zoo gebracht. Die Feuerwehr kommt auch, um Menschen aus Notlagen zu retten. Wenn also zum Beispiel jemand irgendwo raufgeklettert ist und nicht mehr runterkommt oder sich irgendwo eingeschlossen hat und nicht mehr rauskommt. Auch bei Sturm und Unwetter hilft die Feuerwehr. Wenn Bäume auf Straßen liegen oder bei Hochwasser Häuser unter Wasser stehen. Deshalb müssen Feuerwehrleute wie Tom, Bernd und Martina sehr viel lernen, damit sie in all diesen Notfällen helfen können. Und deshalb sind auch die Feuerwehrautos, wie die Rote Emma, mit vielen Werkzeugen, langen Wasserschläuchen und Rettungshilfen ausgestattet. So, dann zeigen wir euch jetzt mal die langen Wasserschläuche an der Roten Emma, sagt Tom. Kommt mal mit, hier zur Seite an das Feuerwehrauto. Die ganze Seite des Feuerwehrautos ist voll mit Rollen von Schläuchen. Wenn es brennt, dann müssen wir mit so einem Schlauch auch schon einmal in den vierten Stock in einem Wohnhaus. Da brauchen wir lange Schläuche, erklärt Feuerwehrfrau Martina. Und wenn es ein großes Feuer ist, benötigen wir auch oft mehrere Schläuche. Achtung, liebe Feuerwehrleute! Ich unterbreche euch nur ungern, denn Albert ist ein großer Denkologe und kein großer Unterbrecher. Aber gerade bekomme ich einen Notruf. Alarm! Ihr müsst einen Einsatz fahren. Es rennt. Entschuldigung, ich meine natürlich, es brennt. Ein Feuer! Allerhöchste Albert auf dem Armstufe. Ach, Unsinn. Ich meine natürlich höchste Alarmstufe. Zieht eurem Feuerwehrauto die Stiefel an und dann auf die Socken. Äh, oh, oh, ich kann nicht mehr. Wie anstrengend das doch ist, das Leben als Feuerwehrmann. Ich höre jetzt besser mal zu, wie das ist, wenn ein Alarm kommt. Alarm? Die Kinder schauen sich erschrocken an. Die Feuerwehrleute reagieren sofort. Tom holt sein Funkgerät und funkt die Wache an und erfährt so schnell alles über den aktuellen Notfall. Kinder, wir müssen leider ein anderes Mal wiederkommen. Wir haben einen Brand und zwei Feuerwehrautos aus unserer Wache sind schon unterwegs. Wir müssen mit der roten Emma für alle Fälle zurück in die Wache. Vielleicht braucht man uns gleich auch noch bei dem Brand. Auf jeden Fall müssen wir Emma fit für einen Einsatz machen und in der Wache die Stellung halten. Blitzschnell packen die Feuerwehrleute alles ein und fahren mit der roten Emma vom Hof. Die Blaulichter leuchten auf. Diesmal nicht zur netten Begrüßung. Zur gleichen Zeit sind ein Einsatzwagen und ein Löschwagen aus der Feuerwache schon auf dem Weg in die Peterstraße 7. Von dort kam der Notruf. Gerade mal 90 Sekunden, also eineinhalb Minuten, brauchten die Feuerwehrleute, um nach dem Notruf mit dem Feuerwehrauto loszufahren. Fürs Zähneputzen braucht ihr doppelt so lange. In 90 Sekunden geht ihr vielleicht gerade mal auf Toilette zum Pipi machen. Die Feuerwehrwagen und der Einsatzwagen rasen mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt. Alle Autos fahren möglichst schnell an den Straßenrand und machen Platz für die Feuerwehr. Da kommt eine rote Ampel. Aber die Feuerwehrautos rasen einfach weiter. Kann denn da kein Unfall passieren, fragst du dich vielleicht? Das passiert nicht, denn alle Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger müssen sofort am Straßenrand stehen bleiben, wenn die Feuerwehr mit Martinshorn und Blaulicht kommt. Die Feuerwehr hat immer Vorfahrt. Egal, ob die Ampeln rot oder grün sind. Im Feuerwehrauto setzen die Feuerwehrleute schon die Atemschutzmasken auf. Die brauchen sie, damit sie im brennenden Gebäude trotz Rauch überhaupt noch atmen können. Der Rauch ist fast noch gefährlicher als das Feuer selbst, denn der Rauch ist sehr giftig. Endlich kommen die Feuerwehrautos in der Peterstraße 7 an. Ein ganzer Löschzug rückt für einen Wohnungsbrand aus. Zu einem Löschzug gehören zwei Löschfahrzeuge, ein Leiterwagen, ein Einsatzwagen, ein Rettungswagen und insgesamt 18 Feuerwehrleute plus zwei Sanitäter. Die Fahrzeuge fahren meistens von zwei oder sogar drei verschiedenen Wachen los. Wieso das denn, fragst du dich vielleicht? Das hat zwei Gründe. Erstens soll keine Feuerwache leer sein, ohne Feuerwehrleute und Rettungsautos. Das ist zur Sicherheit so. Schließlich könnte ja noch ein Unfall in der Nähe passieren, wo auch Rettung nötig ist. Außerdem weiß keiner so genau, von welcher Wache aus die Fahrzeuge am schnellsten am Notfallort sind. Es kann auch mal sein, dass durch Staus auf der Straße die Feuerwehr lange braucht, um durchzukommen. Dann gibt es einfach kaum Platz, wohin die Autos ausweichen könnten, um den Weg freizumachen für das Feuerwehrauto. Und damit nicht der ganze Löschzug wertvolle Zeit im Stau verliert, kommen die Feuerwehrautos aus unterschiedlichen Richtungen von verschiedenen Feuerwachen zum Notfall. Du merkst, über so einen Rettungseinsatz haben sich viele Feuerwehrleute viele Gedanken gemacht und sie sind auf Notfälle sehr gut vorbereitet. Die Feuerwehrleute sind in Trupps oder Teams von drei Leuten eingeteilt. Jeder Trupp hat am Notfallort ganz bestimmte Aufgaben. Um möglichst schnell retten zu können, darf nicht lange überlegt und diskutiert werden. Alle Arbeitsschritte und Handgriffe müssen perfekt gekonnt werden. Es darf jetzt keine Zeit verloren werden. Ein paar Menschen stehen schon aufgeregt auf der anderen Straßenseite. Im Haus Nummer 7 sehen die Feuerwehrleute sofort das Zimmer, wo es brennt. Es liegt im zweiten Stock und die roten Flammen leuchten und lodern. Ohne dass Absprachen nötig sind, fangen alle blitzschnell mit der Rettungsarbeit an. Ein sogenannter Angriffstrupp mit drei Feuerwehrleuten holt sich vom Löschzug einen Wasserschlauch, rennt zur Haustür und versucht über das Treppenhaus schnell zum brennenden Zimmer zu gelangen, um direkt dort am Feuer löschen zu können. Alle Feuerwehrleute tragen ihre Schutzkleidung, ihren Helm und ihre Atemschutzmaske. Drei andere Feuerwehrleute versuchen mit einem Schlauch von außen durch das Fenster das Feuer zu löschen. Der Wassertrupp hat die Feuerwehrschläuche an den Hydranten angeschlossen. Weißt du, was Hydranten sind? Hydranten sind Zapfstellen an den Wasserleitungen in der Straße. Die Feuerwehr kann an diesen Hydranten ihre Wasserschläuche anschließen. In Städten gibt es etwa alle 100 Meter einen Hydranten, damit im Notfall Wasser zum Löschen entnommen werden kann. Du kannst Hydranten ganz leicht selbst erkennen, wenn du einmal weißt, wie sie aussehen. Auf der Straße siehst du runde Eisendeckel. Meistens sind Längs- und Querrillen auf dem Deckel und ein paar Buchstaben. Lass dir von deinen Eltern mal die Hydrantendeckel auf den Straßen zeigen. Es gibt auch weißrote Hinweisschilder an den Straßenlaternen oder Häusern, die den Feuerwehrleuten genau anzeigen, wo die Hydranten sind. Denn auch das ist wichtig, dass die Feuerwehrleute schnell den Wasseranschluss finden, damit aus den Schläuchen auch schnell das Löschwasser kommt. Ein Feuerwehrmann sucht die Frau, die den Notruf gemacht hat, und auch die anderen Hausbewohner. Wichtig ist, ganz schnell rauszufinden, ob jemand vermisst wird und ob noch Menschen im Haus sind. Heute haben alle Glück im Unglück. Es gibt in der Peterstraße 7 nur vier Wohnungen. Und alle Bewohner, Besucher und Haustiere konnten sich selbst schnell auf die Straße retten. Glück gehabt. Oft passiert es leider auch, dass Menschen und Tiere sich nicht selbst retten können und im brennenden Haus eingeschlossen sind. Oft ist das Feuer schon im Treppenhaus. Und zum Beispiel im dritten Stockwerk ist noch jemand und kann nicht mehr durch das Treppenhaus raus. Weil entweder das Treppenhaus auch schon brennt oder der Qualm so dicht ist, dass man keine Luft mehr bekommen würde. In diesen Notfällen wird die große Feuerwehrleiter von außen an das Haus angelegt. Und so weit ausgefahren, dass sie bis zu der Wohnung reicht, wo noch jemand drin ist. An der Leiter gibt es einen Tragekorb für zwei Personen, der automatisch die Leiter hochfahren kann. Ein Feuerwehrmann fährt dann mit dem Korb die Leiter hoch und rettet den Menschen. Vielleicht fragst du dich, warum der Mann oder die Frau nicht einfach selbst die Leiter runterklettert. Viele können das in so einer gefährlichen Notsituation einfach nicht mehr. Sie stehen unter Schock und dann ist es sicherer und schneller, wenn ein Feuerwehrmann mit einem Korb die Person rettet und in Sicherheit bringt. Zum Glück ist bei dem Brand in der Peterstraße 7 aber kein Mensch in Gefahr. Zwei Stunden brauchen die Feuerwehrleute, um das Feuer zu löschen. Niemand wurde verletzt. Aber der Sachschaden ist ganz schön groß. In der Wohnung sind zwei Zimmer und der Flur ausgebrannt. Alle Möbel, Teppiche und alle Sachen sind verbrannt. Darum kümmern sich jetzt aber andere. Die Rettungsarbeit der Feuerwehrleute ist getan, der Einsatz vorbei. Die Feuerwehrleute sind erschöpft, aber zufrieden. Sie haben das Schlimmste verhindern können und kein Mensch wurde verletzt. Jetzt geht es zurück in die Wache. Und zwar ohne Blaulicht und Martinshorn. Ganz normal im Straßenverkehr. Und an der roten Ampel halten die Feuerwehrleute auch. Schließlich müssen sie ja jetzt zu keinem Notfall. In der Wache werden die Fahrzeuge erst einmal wieder fit für den nächsten Einsatz gemacht. Das müssen aber nicht die Feuerwehrleute machen, die gerade im Einsatz waren. Die dürfen sich erst einmal ausruhen. Andere Feuerwehrleute übernehmen sofort die Fahrzeuge und machen sie wieder bereit für den nächsten Einsatz. Das ist ja, meine Güte, so spannend war das ja noch nie hier. Da muss ich mir gleich was Neues einfallen lassen. Das ist, das ist ja geradezu albertistisch, albertatütatastisch, superfantastisch spannend gewesen, wie das alles geklappt hat. Habt ihr gemerkt, wie jeder Handgriff saß? Feuerwehrleute sind absolut albertatütatöse Profis. Wie machen die das nur? Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es sein kann, in einer gefährlichen Situation immer das Richtige zu tun? Und stellt euch vor, die Feuerwehr würde Fehler machen. Wie schlimm das sein könnte, wenn ein Haus brennt und Kinder gerettet werden müssen, zum Beispiel? Mann, oh Mann, oh Mann. Die Feuerwehr muss also, um immer fit und gut gerüstet zu sein, um jederzeit bei Alarm zack, zack, korrekt und richtig zu reagieren. Was muss die Feuerwehr da also tun, meine lieben Denkologen-Freunde? Jawohl, sie muss trainieren. Anstrengend ist das Feuerwehrleben also nicht nur bei einem Einsatz. Auch davor und danach ist viel zu tun. Hört mal zu. Fast stündlich wird in einer großen Stadt die Feuerwehr gerufen. Auch nachts. Deshalb müssen tausende von Feuerwehrleuten Tag und Nacht im Einsatz sein und in den unterschiedlichsten Notlagen helfen können. Damit das auch klappt, ist so eine Feuerwache sehr gut durchorganisiert. Manche Leute denken, da sitzen die Feuerwehrleute so rum und spielen vielleicht Karten und trinken Kaffee und warten, bis es brennt, um dann zu helfen. Tja, wer so etwas denkt, hat überhaupt keine Ahnung. Feuerwehrmann ist ein anstrengender Beruf, auch wenn gerade kein Notfall ist. Erinnerst du dich noch an die drei Feuerwehrleute Tom, Bernd und Martina? Die drei waren mit der Roten Emma im Kindergarten. Das ist auch so ein ganz typischer Einsatz. Die Feuerwehrleute besuchen Kindergartenkinder, Schüler und Erwachsene in Büros. Dort erklären sie die Arbeit der Feuerwehrleute und wie man sich am besten verhält, wenn es brennt. Vor allem erklären sie aber auch, was man tun muss, um möglichst Brände zu vermeiden. Also zum Beispiel keine Kerzen brennen lassen, wenn man aus der Wohnung weggeht, keine Herdplatten und Bügeleisen anlassen, nicht mit Feuer spielen. Hast du Lust, die drei Feuerwehrleute Tom, Martina und Bernd einmal bei einem ganz normalen Arbeitstag zu begleiten? Dann komm mit. Du musst allerdings früh aufstehen. Um 7.30 Uhr geht der Arbeitstag in der Feuerwache los. So eine Feuerwache ist ein richtig großer Betrieb. Ein paar hundert Feuerwehrleute arbeiten hier Tag und Nacht. Tom, Martina und Bernd sind drei von ihnen und gehen morgens zuerst in die Umkleideräume. In den Umkleideräumen hat jeder Feuerwehrmann seinen eigenen Platz. Einsatzbereit sind da die Stiefel, die Schutzkleidung, der Helm, der Sicherheitsgürtel und der Beutel mit dem Sicherheitsseil. Alles ist so hingehängt und aufgestellt, dass es schnellstmöglich angezogen werden kann. Die Hose zum Beispiel liegt nicht gefaltet in einem Schrank. Nein, die Feuerwehrhose liegt wie eine Ziehharmonika gefaltet auf dem Boden, die Hosenträger griffbereit zur Seite gelegt. Wenn man nicht wüsste, dass bei den Feuerwehrleuten alles bestens durchdacht ist und die Feuerwehrleute sehr, sehr genau sein müssen, dann würde man denken, dass in der Umkleide nur Riesenschussel und Riesenschlampen sich umziehen, die ihre Hosen einfach auf den Boden schmeißen. Erinnerst du dich noch an die Ausrüstung? Den Kindergartenkindern haben die drei ihre Ausrüstung auch erklärt. Jeden Morgen ziehen die Feuerwehrleute ihre Sicherheitsanzüge an. Auch Martina, Bernd und Tom. Von den Umkleideräumen rutschen die Feuerwehrleute in ihrer Schutzkleidung runter in den Fahrzeugraum. Rutschen? Soll das ein Witz sein? Nein, die Feuerwehrleute rutschen tatsächlich. Aber nicht auf einer Rutschbahn wie auf einem Spielplatz, sondern sie rutschen eine Stange runter. Das geht nämlich viel schneller, als eine Treppe durch ein Treppenhaus runterzulaufen. Unten im Fahrzeugraum werden sie in Übungsgruppen eingeteilt. Denn jeden Vormittag ist Training in der Feuerwache. Beim Feuerwehrtraining werden Notfälle nachgestellt. Also zum Beispiel ein Feuer in einem Wohnzimmer, ein Autounfall mit verletzten Personen, die gerettet werden müssen, eine Katze, die von einem Baum geholt werden muss. Meistens üben dieselben Feuerwehrleute zusammen, damit sie sich gut kennenlernen. Das ist wichtig, denn in den Notfällen, wo alles sehr schnell und eingespielt ablaufen muss, ist es nötig, einen Kollegen zu haben, den man gut kennt und dem man blind vertrauen kann. Deshalb üben Martina, Bernd und Tom auch fast immer zusammen. Das Gelände einer Feuerwache ist ziemlich groß. Den Platz brauchen die Feuerwehrleute, um Notfälle zu üben. Da muss dann auch mal ein Auto brennen oder ein Zimmer. Heute steht zuerst Training mit der Motorsäge an. Wofür brauchen Feuerwehrleute denn eine Motorsäge, fragst du dich? Wenn zum Beispiel ein Sturm Bäume umgerissen hat, die dann auf der Straße liegen. Oder schlimmer noch, ein Baum ist auf eine Straße und ein Auto gefallen. Womöglich sind in dem Auto noch Menschen drin. Dann müssen die Feuerwehrleute mit der Motorsäge umgehen können, um möglichst schnell einen Baumstamm wegzuschaffen. Und damit die Feuerwehrleute das dann im Notfall auch können, üben sie das regelmäßig. Könnten wir das Motorsägentraining heute nicht mal in meinem Garten machen? fragt Tom. Da müssen dringend noch ein paar Bäume weg. Alle lachen. Das war ein Witz, denn natürlich muss in der Feuerwache geübt werden. Aber die Feuerwehrleute machen gerne mal ein paar Witze, um ihr hartes und anstrengendes Training aufzulockern. Nach dem Motorsägentraining üben Martina, Bernd und Tom an einem alten Autowrack mit der Rettungsschere Menschen befreien. Natürlich keine echten Menschen. In einem Autowrack sitzen Stoffpuppen, die so groß und schwer sind wie Menschen. Nach einem Autounfall sind Autos oft so beschädigt, dass die Türen nicht mehr geöffnet werden können. Dann muss mit einer Rettungsschere das Autoblech so aufgeschnitten werden, dass die Menschen befreit werden können. Auch das üben die Feuerwehrleute, indem sie Stoffpuppen aus dem Autowrack befreien. Denn je öfter diese Notfälle im Training geübt werden, desto besser klappt es dann tatsächlich im Ernstfall. Vielleicht spielst du ja schon ein Musikinstrument oder treibst Sport. Da merkst du ja vielleicht auch schon, dass du manche Sachen immer besser kannst, je öfter du sie geübt hast. Genauso ist das bei den Feuerwehrleuten. Spannender Beruf, oder? Soll ich euch was verraten? Wenn ich kein Denkologe geworden wäre, dann wäre ich sicher in die Ritterrüstung eines Feuerwehrmannes geschlüpft, um... Wie? Ihr meint, dass ich als Denkologe zwar ganz gut mit dem Kopf arbeiten kann, aber nicht so gut mit dem Rettungsbeil und dem Feuerwehrschlauch, weil ich nicht fit genug bin? Ihr unterschätzt mich, aber ich verrate euch ein Geheimnis. Spannend am Beruf des Feuerwehrmannes finde ich besonders, das ins Kino gehen. Da wundert ihr euch was? Ich gehe jetzt ins Kino. kleiner Scherz. Die Feuerwehrleute trainieren gerade was total Wichtiges und Anstrengendes. Im Kino! Aber mit Filmgucken hat das nichts zu tun. Kino bei der Feuerwehr? Das wäre nett. Tja, nur leider gucken die Feuerwehrleute jetzt keine Kinofilme. Sie lernen heute, wie große Kinogebäude gebaut sind, wo die Rettungswege sind, wo die Notausgänge sind, aber auch mit welchem Material gebaut wurde. Das ist wichtig, damit die Feuerwehrleute wissen, wo besonders leicht Feuer entstehen kann und vielleicht sogar Explosionen stattfinden können, weil Chemikalien oder Gase gelagert werden. Je mehr die Feuerwehrleute also über das Gebäude eines Kinos wissen, desto besser können sie im Notfall reagieren, wenn tatsächlich einmal in einem Kino ein Feuer sein sollte. Das bedeutet also, dass Feuerwehrleute sich sehr viel damit beschäftigen, was es für Notfälle geben könnte und wo es diese Notfälle geben könnte. Die Feuerwehrleute versuchen sich so vorzustellen, was für Unfälle passieren könnten. Und dann überlegen und üben sie, wie sie in diesen Fällen dann helfen. Jeden Vormittag in der Woche machen die Feuerwehrleute das. Und so lernen sie viele gefährliche Notfälle kennen und üben schon einmal, wie sie dann helfen. Nur so können sie in echten Notfällen auch ganz schnell richtig reagieren und wissen, was zu tun ist. Ganz schön schlau, die Feuerwehrleute. Ich habe Hunger, sagt Martina. Ich auch, und wie? Was gibt es denn heute? Ich habe gar nicht auf den Plan geschaut, meint Tom. Kartoffelauflauf mit Hackfleisch und Schokoladenpudding, sagt Bernd. Noch zehn Minuten, dann ist Mittag. Jeden Mittag machen die Feuerwehrleute um zwölf Uhr Mittagspause. In der großen Küche in der Wache haben Köche für die Feuerwehrleute Essen gekocht. Nach dem anstrengenden Training haben alle mächtig Hunger. Nach dem Mittagessen haben die Feuerwehrleute Bereitschaft. In dieser Zeit kümmern sie sich um die Ausrüstungen. Die Autos werden kontrolliert, funktionieren die Blaulichter noch, ist der Motor in Ordnung, haben die Reifen noch genug Profil. Alles wird geprüft und ausprobiert, damit im Notfall alles auch wirklich und sicher funktioniert. Deshalb arbeiten in einer Feuerwache auch Automechaniker, die die Feuerwehrautos reparieren und kontrollieren. Die Automechaniker müssen aber im Notfall keine Brände löschen können. Das überlassen sie den Feuerwehrleuten. Regelmäßig werden auch die langen Wasserschläuche gewaschen. Das ist wichtig, damit die Schläuche in einwandfreiem Zustand sind, wenn sie gebraucht werden. Zum Schlauch waschen gibt es eine Schlauch Waschanlage in der Feuerwehr. Die Feuerwehrleute bleiben auch abends und nachts in ihrer Feuerwache. Jeder hat ein Bett gleich neben den Umkleideräumen. Das ist ganz wichtig. Stell dir vor, nachts bricht ein Feuer aus und das ist ja gar nicht selten, weil viele Menschen eine Kerze brennen lassen und einschlafen oder weil sie nachts übermüdet mit dem Autofahren und beim Autofahren einschlafen. Tja, und wenn dann die Feuerwehrleute erst zu Hause angerufen werden müssten und zur Feuerwehr fahren würden, dann wäre das für eine Rettung viel zu spät. Also schlafen die Feuerwehrleute direkt in der Wache, gleich neben den Umkleideräumen mit der Schutzkleidung und ganz in der Nähe der Rutschstange, die direkt zu den Feuerwehrautos führt. Wenn dieses Geräusch in der Feuerwache ertönt und das Alarmlicht über den Betten blinkt, dann wissen die Feuerwehrleute in der Nacht sofort, dass es einen Notfall gibt und sie zum Einsatz müssen. Du kannst dir denken, dass auch diese nächtlichen Notfälle regelmäßig durch Probealarm geübt werden. Ja, aber haben die Feuerwehrleute denn gar kein Zuhause, fragst du dich vielleicht? Doch natürlich, keine Sorge. Übernachten müssen die Feuerwehrleute nur ein- oder zweimal pro Woche in der Wache. Da wechseln sich regelmäßig die Einsatztrupps ab. Jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau hat natürlich auch ein Zuhause und eine Das Gute ist, wenn sie in der Feuerwehrwache übernachtet haben, haben sie dafür auch einen Tag danach frei. So wird ausgeglichen, dass sie einen Abend und eine Nacht nicht zu Hause waren. Das ist ja nur gerecht. Alarm! Wieder ein Einsatz für die Feuerwehr. Das geht ja hierzu wie bei der Feuerwehr. Na, ist ja klar, stimmt. Wir sind ja bei der Feuerwehr. Gott, bin ich schusselig heute. Aber was ist passiert? Ein Feuer? Ein großer Unfall? Nein, jetzt geht es bei dem Alarm um etwas sehr Schönes, was Niedliches. Ratet mal, was es sein könnte. Der Alarmruf, den ihr eben gehört habt, war eigentlich gar nicht der richtige. Das heißt, es war schon der richtige, aber der eigentliche Alarmruf, der hat sich so angehört. Na, wisst ihr schon, was passiert ist? Das Geräusch habt ihr doch erkannt, oder? Hört mal zu, worum es jetzt geht. In der Einsatzzentrale der Feuerwache ist ein Notruf eingegangen. Eine Erzieherin aus dem Kindergarten Rappelkiste hat angerufen. Eine junge Katze sitzt seit dem frühen Morgen auf einem hohen Baum und traut sich nicht mehr runter. Seit sechs Stunden sitzt sie nun schon oben und maunst erbärmlich. Alles haben die Erzieherinnen schon versucht. Mit einem Stock und einem Netz wollten sie die Katze retten. Die kletterte in Panik vor dem Netz aber nur noch weiter hoch. Die Leiter des Kindergartens reicht nur bis zur halben Höhe des Baumes. Also konnte auch keiner die Katze vom Baum tragen. Mit Futter und Milch lockten die Kinder die Katze. Keine Chance. In einer Stunde macht der Kindergarten zu. Die Erzieherinnen wissen nicht weiter. Und deshalb rufen sie die Feuerwehr. Denn auch das ist eine ganz typische Aufgabe für die Feuerwehr. Tierrettung. Der Einsatzleiter in der Feuerwehrzentrale hört sich den Notruf der Erzieherin aus dem Kindergarten an und gibt dann Alarmstufe 4. Das ist die Alarmstufe für eine kleinere technische Hilfsleistung. So wird die Tierrettung genannt. Außerdem gehört noch das Entfernen einer Ölspur zur Alarmstufe 4. Die Feuerwehrleute hören den Alarm, erkennen die Alarmstufe 4 und wissen sofort, dass es sich bei Alarmstufe 4 entweder um eine Ölspur auf der Straße oder um eine Tierrettung handelt. Also muss kein großer Löschzug mit großem Alarm ausfahren, sondern es reicht erst einmal ein kleines Einsatzfahrzeug. Es gibt insgesamt sieben unterschiedliche Alarmstufen. In der Einsatzzentrale bewerten die Einsatzleiter den Notfall und geben so den Alarm weiter. Die Feuerwehrleute können an den Alarmtönen sofort erkennen, um was für einen In der Fahrzeugzentrale bekommen sie dann die Informationen zu dem Notfall. Tom und Martina fahren mit dem kleinen Einsatzwagen zum Kindergarten. Die Kinder sind begeistert. Die kennen wir, die kennen wir, rufen sie durcheinander. So schnell sieht man sich wieder, lachen Tom und Martina. Wo ist denn eure Katze? Die Kinder führen die Feuerwehrleute in den Garten und zeigen ihnen den Baum und die Katze. Oh Mann, die sitzt aber weit oben im Baum, sagt Tom und schüttelt prüfend den Baumstamm. Dann testet Tom einige Äste, ob er hochklettern kann. Kopfschüttelnd kommt er zu den wartenden Kindern und der Erzieherin zurück. Was ist los? ruft Lilly besorgt. Kannst du die Katze nicht retten? Hm, so alleine jedenfalls nicht, sagt Tom. Der Baum ist sehr hoch, aber leider auch sehr dünn und wackelig, da kann ich nicht raufklettern. Was? Und jetzt? Muss die Katze für immer da oben bleiben und verhungern? fragen die Kinder. Nein, keine Sorge, beruhigt Tom sie, aber wir brauchen doch den Feuerwehrwagen mit der Leiter, den Roten Rudolf, wie wir ihn in der Wache nennen. Wisst ihr noch, was wir euch erzählt haben, dass wir unseren Feuerwehrautos Namen gegeben haben? Ja, rufen die Kinder, du warst mit der Roten Emma bei uns. Genau, sagt Tom, und jetzt lernt ihr auch noch den Roten Rudolf kennen. Wo ist denn die Feuerwehreinfahrt? Gleich neben dem Eingang, oder? Ja, genau, sagt die Erzieherin. Seht ihr, Kinder, jetzt wisst ihr auch, warum eure Eltern nicht in der Feuerwehreinfahrt parken dürfen, damit in Notfällen wie jetzt das Feuerwehrauto durchfahren kann. Moment in der Feuerwehreinfahrt parken darf. Martina funkt die Einsatzzentrale an und bestellt den Leiterwagen. Florian, 223 an Wache, wir brauchen LH71312 im Kindergarten, Kolpingplatz 5, Katze im Baum. Zehn Minuten später kommt der Feuerwehrwagen mit der großen Leiter auf den Hof gefahren. Die Feuerwehrleute steigen aus und schauen sich erst einmal den Baum mit der Katze genau an. Sie prüfen den Boden um den Baum, den Anfahrtsweg, schauen, ob der Feuerwehrwagen freie Durchfahrt hat. Dann besprechen sie kurz mit Tom die Lage und fahren in den Innenhof. Alle Kinder aus dem Kindergarten sind inzwischen auch in dem Hof und schauen zu. Na, da kommt er ja jetzt doch noch zu eurer Feuerwehrstunde, sagt Martina. Dann parkt der Feuerwehrwagen bei dem Baum und fährt langsam die Leiter hoch. Warum hat er denn so dicke Handschuhe an, fragt ein Kind. Die Katze im Baum hat große Angst, erklärt Feuerwehrfrau Martina. Und da lässt sie sich bestimmt nicht gerne von Fremden anfassen. Ganz oft kratzen und beißen die Katzen in ihre Angst an. Damit Tom sich nicht verletzt, hat er vorsichtshalber die Schutzhandschuhe an. Wird Tom die Katze retten können? fragt Julian besorgt. Ganz bestimmt, da bin ich mir sicher, beruhigt ihn Martina. Tom ist jetzt fast bei der Katze angekommen. Er ist jetzt höher als das Dach vom Kindergarten. Beruhigend redet Tom mit der Katze. Keine Angst Kleines, ich will dir nur helfen. Pssst, pssst, komm kleines Kätzchen. Die Kinder schauen gespannt hoch. Ganz langsam greift Tom mit seiner Hand im Handschuh nach der Katze, packt sie am Nackenfell und holt sie aus dem Baum. Geschafft! Die Katze maunst immer noch. Der Korb mit Tom und der Katze fährt langsam wieder die Leiter runter. Die Kinder klatschen und rufen Toll Tom, klasse, die Katze ist gerettet! Die Erzieherin Karin Freyer holt ein Schüsselchen mit Wasser für die Katze und stellt es auf den Boden zu Toms Füßen. So, Kinder, seid jetzt bitte aber mal ganz leise. Die Katze hat einen Riesenschreck hinter sich und wenn jetzt direkt eine lärmende Horde vor ihr steht, dann bekommt sie gleich den nächsten Schreck. Die Katze trinkt gierig den Wassernapf leer. Dann gibt Frau Freyer ihr noch ein Schüsselchen mit Katzenfutter. in die Runde und ratzfatz saust sie an Tom und Karin Freyer vorbei. Flink klettert sie durch zwei Zaunlatten durch und ist weg. Na, die hatte es aber eilig, lacht Tom. Dann hoffen wir aber mal, dass sie nicht so schnell wieder auf einen Baum klettert, von dem sie nicht mehr runter kommt. Tschüss Kinder, unser Einsatz ist erfolgreich beendet. Wir kommen demnächst noch einmal vorbei, um euch die Rote Emma richtig zu erklären. Die Feuerwehrleute packen ein und die Kinder winken und rufen Tschüss, Tschüss, bis bald, bringt doch beim nächsten Mal lieber den Roten Rudolf und die Rote Emma mit. Und dann fahren die Feuerwehrleute mit dem Einsatzwagen und dem Leiterwagen zurück zur Feuerwache. Hui, das war aufregend und anstrengend, kann ganz schön schlauchen so ein Feuerwehr Arbeitstag. Schlauchen ist gut, Feuerwehr schlauchen. Aber jetzt ist Feierabend. Und was machen die Feuerwehrleute, wenn sie keinen Einsatz haben? Schlafen, Fernsehen, Karten spielen? Na, wenn es keinen Einsatz gibt, muss die Feuerwehrausrüstung instand gehalten werden und es muss trainiert werden, haben wir ja schon gehört. Außerdem werden die Feuerwehrfahrzeuge gewartet. Wenn ihr euch für die Feuerwehr interessiert, habe ich übrigens einen albertistisch-albertastischen Tipp. Besucht so eine Wache doch mal. Die Feuerwache in eurer Stadt veranstaltet ganz bestimmt mal einen Tag der offenen Tür. Da könnt ihr mit euren Eltern hingehen und euch hinter das große Steuerrad eines Feuerwehrautos setzen. Ist ne prima Sache, Denkologen, ehrlich. Aber nun ist Schluss für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht mit Blaulicht und Tatü Tatá. Bis zum nächsten Mal. Hört mal wieder rein, wenn ich neue Geschichten mitbringe. Es gibt viel zu entdecken bei Ich weiß was über den Wald, den Zoo, den Wilden Westen, die Indianer, die Eisenbahn, über Baustellen, Flughäfen, über den Traum vom Fliegen, die Sonne, die Jahreszeiten, das Wetter und 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 Macht's gut, euer Albert. Out.